Herzlich Willkommen bei Majak Geschenkartikel und Bücherei in Berlin-Marzahn. In unserem kleinen, aber feinen Ladengeschäft in der Jan-Petersen-Straße erwarten Sie russische Geschenkartikel und viele weitere schöne Geschenkideen. Ob echtes, handgefertigtes Porzellan aus Russland, England und Italien, Spielwaren oder Musik und Filme. Bei uns finden Sie schöne Produkte zum Verschenken und Selbstschenken. Stöbern Sie in unserer großen Auswahl an verschiedensten russischen Büchern für Jung und Alt. Und lassen Sie sich von unseren typischen russischen Souvenirs begeistern. Bei uns finden Sie mitten in Berlin-Marzahn ein kleines Stückchen Russland zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Wir bieten Ihnen außerdem eine große Vielfalt russischer Kosmetik. Lernen Sie unser hochwertiges Sortiment aus naturbelassenen Pflegeprodukten kennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Majak in Berlin-Marzahn oder schauen Sie in unserem Online-Shop vorbei. Hau parach!